Markus Becker, nein, nicht der Partysänger, sondern ein Redakteur des Spiegels, tätig in Brüssel. Dieser Journalist, er hat Anglistik, Geschichte und noch irgendwas studiert, wie er dem Bild entnehmen könnte, und der erklärt, dass der Westen erklären muss, dass jetzt endlich mal der Krieg beginnen muss mit Russland. Das sind mir schöne Redakteure in ihren Redaktionsstuben, die dort dazu aufrufen, eure Söhne und ja auch laut Generalinspektor der Bundeswehr eure Töchter in den Krieg zu schicken. Herr Becker, ich schlage Ihnen mal vor, suchen Sie sich einen anständigen Beruf. Schon vor Jahrzehnten standen die Nutten in der Anerkennung, was Berufe betrifft, vor den Journalisten. Ich möchte mal wissen, wie es jetzt aussieht.